Willkommen zur zweiten Aufnahme. Ich musste da hinten wieder starten, warum auch immer. Das fand ich jetzt ein bisschen blöde. Da wo er speichert, er startet dann scheinbar auch nicht wieder. Das ist etwas blöde. Und was sehr interessant ist, wir sind jetzt eigentlich hier, wo wir das Geschütz umgehen müssen. Oh, das ist weg. Der eine Roboter hat mich eben wieder angerufen, aber das Geschütz ist einfach weg. Die Kugeln, die wir ansammeln können, waren auch weg, bis auf diese hier. Die hatten wir, glaube ich, aber letztes Mal nicht gesammelt. Ich bin mal gespannt, ob die drei Mechs da sind, die wir jetzt umschlichen haben. Sieht aus, als könntest du an ihnen vorbeischleichen. Es ist halt dann bloß blöd zu wissen, wenn ich es dann inzwischen wende. Jetzt wollte ich nämlich auch wieder nur drei Folgen so ungefähr aufnehmen. Woher weiß ich denn? Warten wir die nicht irgendwo eingesammelt? Wie bin ich denn hier rum? Sag mal. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ich bin auf dem Desktop gelandet. Einfach so. Sehr merkwürdig. So, genau so sind wir die ja umgegangen letztes Mal. Und jetzt würde er theoretisch auch gleich speichern. An der Stelle hier, ne? Speichern tut er auf jeden Fall nicht. Das ist ja sehr merkwürdig. Wie komme ich jetzt? Muss ich so hoch? Oder auch nicht? Ah. Ja, ja. Dann müssen wir mit ihr wieder interagieren. Ach, da ist die Droh. Besonders ist es nicht da. Es ist einfach fucking nicht da. Okay. Geschafft. Mhm. Muss ich jetzt weiterballern, oder? er springt auch nicht immer wenn du mädchen das land ist ein bauplan runter sind raus wie er funktioniert das macht dir das leben leichter wenn du mir das leben leichter machen willst warum nimmst du mir dann nicht dieses ding ab berechtigt berechtigt ich hätte ja gern die hat er sie jetzt eingesammelt ne ich hätte gern noch die punkte aber jetzt rüber rennen will ich auch nicht vielleicht können wir rüberjumpen aber ich glaube fast nicht wieso ist er denn wohin die so runter gesprungen bitte wenn wir schon zusammenreisen sollten uns vielleicht mal miteinander bekannt machen also mein name ist trippi tucker aber die meisten sagen trip zu mir ehrlich gesagt werde ich immer nur trip genannt und du ich habe keinen namen du musst doch einen haben jeder hat einen nicht jeder wie haben dich denn deine eltern genannt sie wurden bei einem meckangriff getötet als ich klein war ich bin in der wildnis aufgewachsen allein na und wie wirst du denn sonst genannt monkey ich habe gelernt durch die baumkronen vor den mecks zu fliehen in den siedlungen wo ich handel treibe nämlich manche monkey wenn du mir namen geben willst kannst du den nehmen okay monkey hatte ich das also richtig im kopf und betrippte denke ich gleich wieder an die eine star trek serie so ich habe schon gedacht hier kann man vielleicht hochklittern runter bevor uns das geschütz erfasst ich scanne nein ich würde aber nicht dass wir hier durchkommen warte ich habe hier eine treibstoffquelle eine energiezelle nein die stammt noch von früher ist in dem tank da sieht aus wie erdöl hey monkey wenn du zu dem geschütz hoch kommst kannst du sie übernehmen ich sollte nicht runterfallen ich sollte nicht runterfallen nicht gut wie so Triff, linkin up! Nicht gut. Ja, wie komme ich denn... Wir sind da rüber, der Jumpt. Wie komme ich jetzt weiter? Gehe ich erstmal hoch oder was? Und dann springe ich da rüber. Und dann zur Wand. Ich bin da rüber. Okay, wenn ich da hochkletter, muss ich definitiv auch eine Ablenkung haben. Okay, voll geladen! Leck ihn ab! Okay, was ist denn, wenn ich auf die Minen schieße? Nix. Das wird doch 100 pro Max anlocken, oder? Ich erfasse Max. Und zwar eine Menge. Sie kommen direkt auf mich zu. Noch mehr! Sie kommen von überall! Der Max setzt einen Funkspruch ab. Er fährt eine Verstärkung an. Schalten ihn auf! Ich glaube, das war der Letzte. Nichts wie weg hier. Okay, so eine Passagen gibt's auch. Das ist interessant. Muss ich jetzt wieder so zurückspringen? Wahrscheinlich, ja? Hä? Wie komm ich jetzt hier runter? Warte! Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich kann deine Ausrüstung upgraden. Äh, Schildkampfgesundheit. Stab. Ich würde erstmal den Schild nehmen wollen. Schildaufladung. 15.000. Das sind wahrscheinlich die roten Looms jetzt, die wir brauchen. Reduziert die Zeit, die der Schild zum Wiederaufladen benötigt. Höhe ich die Anzahl an Schüsse, die Monkeys Schild wegschicken können. Höhe ich die Anzahl der Schläge, die... 50.000. Wieso ist das gesperrt? Achso, ich muss hier vorne. Gut, dann würde ich erstmal nochmal in Gesundheit investieren. Wer wird Monkeys Gesamthund sein? Monkeys... Scheiße, 60.000. Dann müssen wir noch sparen. Aber gut, wenn wir das jetzt mittendrin immer machen können... Ist das ja nicht so ein Problem. Schön, dass er die von der Ferne auch einsammelt. Da sind noch welche. 52.000 haben wir ja schon wieder. Bäh, so ein hässliches Auto. 7.000.000 Dollar. Gott, oh Gott. Gut, mit der Aussicht würde ich sagen. Wenden wir diese Folge. Spitze, bedanke mich. Bis denn, ey.